Ich werde dich verlieren und tschüss Okay, wir warten noch eine Stunde oder zwei Mensch, Gewalt lässt sich doch sonst immer alles lösen Den Stein baut er auch nicht ab, warum auch immer er das nicht tut, aber er baut ihn wohl nicht ab Oder? Nee, es sieht nicht so aus Wollen wir die Rüben jetzt noch wirklich einen Steinbruch hinbauen oder was? Hier habe ich keinen Platz dafür, da hätt ich Platz dafür Mhmm... Jetzt habe ich überhaupt noch einen Stein Könnten wir mal aufstocken Da, 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 da! so den wisch kann ich mir dann schon mal in die haare schmieren weil ich die nicht mehr braucht doch mal ein wenig schneller jawohl jetzt läuft es doch langsam mal hier ist mir das eisen wieder ausgeht was ich doch im prinzip habe ohne ende ja weil alles hier einlagern ich würde sagen ist jetzt hier noch ein lager aussehen aber gibt es so ein kleines problem ich habe da keinen platz ja die schleppen alles erst in ein lager ist natürlich logisch wie in der realität ich brauche hier noch einen weg der ist was sinnfrei aber schön ich möchte mich am Ahahahahhh.. Achas! Asch, vollab in deinem Gesicht, warum auch immer Da komm ich auf so ein Stay Ich soll da mehr spielen, dann komm ich auf so dämliche Ideen Ah, ich brauch ein Hammer und ein Zugefelschmied Hab ich glatt vergessen Keine Ahnung Na wartet, wenn ich genug Gold hab, um euch töten zu können So in 2-3 Stunden Dann mach ich euch voll platt Sagen wir 4-5 Stunden Das ist immer mal optimistisch Total Bin ja prinzipiell gern optimistisch Was hat der denn, die ist schon Hat er nicht auch Hat er nicht, sie ist nicht auch Aber entweder Keine Ahnung, warum keine Hämmer Warum keine Waffen, ich mein Sie hat scheinbar keine Soldaten Und die Militärmacht Legt auch überhaupt nicht zu, irgendwie Warum? Weil die KI ist dumm Sie scheint Bode zu bauen Fick dich Der war so schön Scheiße, der war so schön gebaut Und alles Ja, ich hab gar nichts sehen, dass die alles gebaut hat Was ist denn da drin Ich greife ihm gefreiten an, das bringt so richtig Ja, bestimmt Ich hab immerhin 36% Super, jetzt ist einer meiner Farmer ab Ich hab natürlich auch nicht genug Platz in den Neuen zu bauen Ist jetzt hier mal eine Fahne zur Erinnerung Das ist die Gedächtnisfahne Bauern haben doch sonst nur Mist Hacken, mit denen sie Gegner töten können Warum hier nicht? Was hab ich da noch so in der Nähe? Nichts Was, ich hab, ich hab richtig Reserven? Uff Ich will sagen, ich jag mal Ein bisschen was von den Reserven weg Natürlich kommt aus der Festung wieder kein einziger Ist logisch Jetzt kommen sie aus der Festung Aber nur Irgendwie fehlt da noch einer Schicken wir noch einen Jetzt, gut Was hab ich jetzt noch so ein Kompensationsmittel Zwei Ich will meinen Bauernhof wieder hinbohren Miststück, eh denn nicht Wenn ich noch zwei hab, könnte ich mal hier noch zwei verheizen Obwohl, da käme wahrscheinlich nur Scheiße Nö, ein Offizier Und ein Obergefreiter Denk ich mal Ja Äh, woher denn noch? Ah ja, doch Der Obergefreiter kommt Gut Lass mich hier nicht verarschen, ne? Voller aufs Maul Frauen schlagen Das ist eine echte Herausforderung, sag ich euch Ist gar nicht so einfach, ne? So wehrlose Frauen zu schlagen Manche von denen wehren sich sogar Ja, verliere ich Ich hab irgendwann 37%, ne? Da kann man sich schon mal Verlieren lassen, ne? Fuck ich dir auch da im Bauernhof ab So, das hast du jetzt davon Also, möglicherweise Wenn ich nicht alles verliere Was ich jetzt losgeschickt hab Aber, hä? Oh, ich hab Ich hab wirklich schon gewonnen Das ging jetzt einfach Äh, was? Gleich so beim ersten Versuch? Echt jetzt? Ich hab doch gecheatet, oder? Gebt's zu, Leute Jetzt möchte ich das aber nicht anschließen, weil Da kommt der dritte Braue ich auch nicht Ich hab genug Leute momentan da Wird nicht angeschlossen Da sind eh schon drei drin So, wo hatte ich noch angegriffen? Äh, da oben Ha, der Gefreite Ja, genau 37%, ne? Ich sag's euch 37%, das ist es Hätte er jetzt gewonnen Hätte ich echt gedacht Leckt mich am Arsch Der gewinnt jetzt Leckt mich am Arsch Er hat echt gewonnen Hätte ich mir dann gedacht, ne? Na, es leckt mich schon am Arsch Ja, du verlierst auch So wie es aussieht Ja, tust du Hier war ich ja auch noch Hier hab ich aber nix los Gewinnen, nicht verlieren Ich glaub, ihr verwechselt da irgendwas Das Gegenteil von dem Was ihr sonst immer tut, ne? Hä? So war das nicht gedacht Die Pfeifen Hab ich noch mehr zu kommentieren? Ich hab schon da drei Leute Vier natürlich Egal, damit hab ich Mein Bahnhof bald wieder So in zwei, drei Stunden Ist da Gold drin? Nein Das eine reicht einfach nett Ich mach mal was riskantes Ich speichere ab Sehr riskant Sehr riskant Muss ich sagen Sehr, sehr riskant Speichern Das ist immer mit einem Gewissen Risiko Des Verlusts Verbunden, ne? So Irgendeiner wird schon gewinnen Du bist doch der dritte Wo ich rauskam, oder? Jetzt kommst du auch Jawohl Wenn ich gewinne, hab ich gewonnen Wenn ich verlier, hab ich halt verloren Ich hab mir jetzt schon 38% Da guckt er wieder, schaut Ich hab angeblich null Gold Na klar Halt, da oben ist er das Ding Ich glaube, ich hab jetzt gerade nur Scheiße unterwegs Na, nicht ganz Pisschen was Gutes ist dabei Der gewinnt jetzt wahrscheinlich, glaube ich Auf Anhieb und der Rest war halt einfach total für Nein Fick dich Fick dich Spiel Fick dich Fick dich Und ich hab nicht mal das Gold Wie es aussieht Ich bin mir da nicht so sicher Und jetzt mal warten, bis es abgefackelt ist Ich hab auf jeden Fall einen Club im Gold Muss immerhin schon mal einen Club Mehr als ich vorhin noch hatte Ja, ihr geht jetzt mal alle wieder schön nach Hause Tut Papa den Gefallen Und ich kann oben noch einen dritten Fischer Äh, fünften Fischer, oder hab ich? Nein, ich hab da drüben schon einen Fisch Ah, baue ich lieber keinen Wieschi, wieschi, wieschi Sonst nix mehr So, eins Zwei, drei wir sind voll mit gold ich glitzer zu stellen aber echt schön ist auf anhieb gewonnen habe wunderbar und restlichen soldaten laufen irgendwo in der pamba rum ganz toll jetzt habe ich nur wieder frei drin sehr schön soll ich mir das vorgestellt so nicht anders ja richtig das wollte ich ja nicht anschließen wegen weil ich müsste dann noch hier was erobern das hier vielleicht aber erst mal das gold gold ist wichtiger ich kann auch schon mal weg hierüber bauen vielleicht bringt er mal irgendwann was es reicht natürlich wieder nicht um die straßen abzureißen leck mich ja hier könnt ihr auch schon mal naja nicht wirklich boote bringen einfach nichts finde ich also vielleicht später mal wird es irgendwann bleibt man ein bisschen umgeben wo ich die bauen muss aber momentan so überhaupt nicht wie sieht es überhaupt bei dem der eine idee ist mit waffenproduktion aus irgendwie so gar nicht habe ich das gefühlt also irgendwie wird hier nie was gearbeitet nie irgendwas hin und her das ist merkwürdig vielleicht hat sie keine werkzeuge um die gebäude zu besetzen was weiß ich halt ich bin ja gar nicht rot ich bin ja immer noch blau ich bin blau ich mache heute blau zockt natürlich die ganze dumme scheiße ganz vorne mit drin ne scheiß frame rate geht mal wieder kein problem einfach aufnahme neustand dann geht es wieder warum auch immer ich hab schon wieder kaum was könnte meinen die würden die kohle dann auslagern aber nö die lagen ist das scheinbar nur noch ein Mikael doch oben so gut wie gar nisch warum nicht ich will es gar nicht so genau wissen du 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 Das hört mich überhaupt nicht. Das fühlst mich jetzt. Gerade im Moment. Später vielleicht. Aber nicht jetzt. So, nachdem ich jetzt hier noch ganz viele Gefreide habe und die Aktion eben so gut gelaufen ist, schicke ich mal nochmal ein neues Stück los. Vielleicht funktioniert es ja nochmal. Hä, ich habe einen Punk. Wo kommt denn der her? Wie Prozent habe ich denn? 41. Na, das nimmt doch fast schon Gestalt an. Ich brauche noch diese andere Goldmine hier. Ich brauche es unbedingt. Ich habe es dringend nötig. Was ist denn da drin? Und Offizien. Könnte es nicht ein Obergefreider sein? Oder ein Gefreider? Und den verliere ich. Aber der Obergefreider, der wird die Situation retten. Gar, bin ich sicher. Nein, nicht wirklich. Aber egal. Ich habe immerhin irgendwas mit 40%. Ich meine, nicht jeder Schnaps hat 40%. Also... Verliere ich. Ich habe mir 42%. Der Offizier, bitte der Offizier, bitte der Offizier, bitte der Offizier, bitte der Offizier. Ach, leck mich. Wer greift denn jetzt an? Keiner. Weil Gold transportiert wird. Toll. Ja, der Offizier, der Offizier, der Offizier. Schöne Sache, das. Und der verliert, glaube ich, auch gleich. Ja. Komm schon, ich will das Gold haben. Nicht dieses wertlose Eisen. Oh, er hat Gold gefunden. Überraschend, neben der Goldmine hat er Gold gefunden. Das finde ich jetzt schon ein bisschen verblüffend, muss ich sagen. Oh, Türiin, Türiin, Türiin. Schön, wie der Feind auf mich hört. Ich habe übrigens Gold gefunden. Neben der Goldmine. Den verliere ich eh jetzt. Komm schon, einer muss doch mal gewinnen. Nen, was ist denn das heute? Ich habe doch noch Platz ohne Ende frei und alles zum Kotzen. Ach ja, du wirst auch verlieren, wie ich sehe. Ja, tschüss. Ah, natürlich gerade der nächste Freude an. Der wird sicherlich gewinnen. Ich will auch nur das Gold haben. Ist denn das zu viel verlangt? Ich will doch nur endlosen Reichtum, übermächtige Soldaten. Mehr will ich doch gar nicht. Mensch. Meier. Ja, toll, ich habe gerade alle meine Soldaten, die ich losgestellt habe, verloren. Sehr schön, herrlich. So habe ich mir das vorgestellt. Da ist doch vorhin ein Leutnant rumgelaufen. Wo ist denn der hin? Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Lass mich raten, der heißt nein, auch nicht. Wo ist der hin? Ich habe den aber noch, oder? Ach, falsches Fenster. Also theoretisch, der ist natürlich dahin. Toll. Kommt da der Leutnant raus? Nee, da kommt der Inhalt der Burg raus. Jetzt kommt der Leutnant, ja? Jawohl. Fahr jetzt mit noch ein paar Soldaten. Wir haben es ja gerade, ne? Ich könnte natürlich noch warten, bis ich noch mehr Gold habe, aber das dauert so ewig. Mhmh, gibt es da noch mehr Gold? Eins, zwei, drei. Äh, es steigt auf jeden Fall gerade im Moment. Also würde ich mal sagen, da gibt es doch mehr Gold. Hmh, 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 hmh. vielleicht kann ja bei dem roten denn die ist was anrichten erreichen also knicknack messer hier oder bin ich ja schon ich jetzt erst könnte fast mein dass wir auch nicht nahe dran aber nö das gehört schon auch noch zu den laden würde ich sagen oh da ist ein punk drin na ganz toll das sagt ihr mir denn das nicht bevor ich da angreif verliere ich auch noch naja natürlich kotzt mich das gut an muss noch Restmunder Soldaten das kann doch nicht schon alles gewesen tötet ihn mal naja wer wen tötet ist die frage der fackelt sonst mal ein Fischerhütchen hier ab das geht nicht dass der mal ein Fischerhütchen Hütchen abfackelt und möglicherweise naja das ich hoffe mal nicht wenn ich die Brause grad nimmer und tschüss gescheitert aber schön dass ihr mal über den ganzen See rumlauft weil wozu auch den direkten Weg nehmen der ist eh viel zu schnell und kurz es läuft erst nochmal zurück sehr schön hey Granit ich träume mich nachts von oh das ist der erste Treffer gewinne ich ich verliere oder ja ich verliere ich habe überraschenderweise verloren es überrascht mich jetzt überraschenderweise hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih sìhts denn so militärtechnisch aus Ich bin fast auf ein Viertel Nur noch Ja da gibt es doch ein wenig Gold Wo auch immer das Schild jetzt hingesteckt Ach da Guck mal an wie mein Obergefreiter nichts ausrichtet Ich habe 43% Hey das bringt es jetzt voll Ja wie ich jetzt schon weiß Dass ich verlieren werde Ja wie ich verliere halt Ich habe richtig schön Gut Leute Ich habe schon wieder irgendwo einen Punk Was denn jetzt Ich habe Kohle Ach da ok Oh der Bauernhof steht wieder Sehr schön Mir doch egal Dann habe ich eben das eine Gebäude Oder zwei Zähne wieder verloren Mein Bauernhof Fackeln sie jetzt nicht mehr ab Das lasse ich nicht nochmal zu Fackeln möglicherweise gleich mein Schlosser und mein Fischer ab Ich hoffe nur der Schlosser Nicht der Fischer Den muss ich dann neu bauen Das ist Das wäre eklig So richtig eklig wäre das Da Ich gehe mein Mikrofon schlagen Und fangen beide ab Richtig Nein nur der Fisch Toll Ich hasse dich auch Schlampe Jetzt muss ich den Fischer Zwei Zentimeter weiter oben Wieder hinbauen Mach doch überhaupt meinen Oh der Baut Steine ab Gut 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 Ich gehe mal sichern Läuft nicht so schön Nee gar nicht Ganz und gar nicht Wird es sichern ganz oben Sicher ein wenig länger Raus Ja raus ist gut So Kann sich nur noch um Stunden handeln Das war es für heute mit Die Sile 1 Amiga Version Ja es wird noch ein paar Stunden dauern Wohl wieder bis ich diese Mission Geschafft habe Wie immer Egal Karl Das war es für heute mit Die Siedler Ich sage auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal